Hallo Freunde, willkommen bei Team Kong. Wir erläutern euch in dieser Reihe die wichtigsten Basics von FC24. Wenn ihr noch nicht allzu lange mit der FIFA-Reihe bzw. FC24 vertraut seid, könnt ihr vielleicht noch die ein oder anderen Tipps daraus gebrauchen. Den normalen Pass, den ihr benutzt, um den Ball von einem eurer Spieler zum nächsten zu passen, zu befördern, führt ihr aus mit der Pass-Taste. An der Xbox ist das z.B. die A-Taste, die untere. An der Playstation ist diese an der gleichen Stelle. Je länger ihr die Taste betätigt, desto stärker wird der Schuss grundsätzlich werden. Wichtig ist noch zu wissen, dass ihr die Taste bereits bevor euer Spieler den Ball erhält drücken könnt und dann wird ein direkter Pass, was später sehr wichtig ist, wenn ihr gegen bessere Spieler antretet, ausgeführt. Es gibt zwei spezielle Variationen des Passes. Das eine ist der harte Pass oder starke Pass. Den braucht ihr, wenn ihr einen Pass über eine größere Distanz ausführen wollt. Dazu geht ihr hin und drückt zusätzlich zur Pass-Taste die rechte vordere Schulter-Taste, also R, B an der Xbox, R1 an der Playstation. Dann wird der Pass erheblich stärker, härter und zielstrebiger ausfallen. Die zweite Variation besteht darin, dass ihr die Pass-Taste zweimal kurz antippt. Zweimal direkt hintereinander und dann wird der Pass quasi als Lupfer, also erhöht ausgeführt werden, was sehr gut ist, wenn sich Gegenspieler zwischen eurem Spieler und dem Adressat des Passes befinden. Wenn ihr Fragen habt, schreibt in die Kommentare. Ansonsten wünsche ich euch viel Erfolg und bis zum nächsten Video.